Frau Kugler, Sie sind eine unserer qualifiziertesten Mitarbeiterinnen. Sie sind ehrlich, loyal, integer und seit sieben Jahren in unserem Unternehmen. Und es freut mich außerordentlich, Ihnen anbieten zu können, bei unserem bisher größten Projekt mitzuarbeiten, der Fusion mit Japan. Ja, bei dem Thema würde ich aber ganz gerne mit Ihnen über das Thema Gehalt sprechen. Schließlich ist das eine nicht ganz unerhebliche Arbeitserweiterung. Richtig, aber beim Finanzrahmen haben wir einen sehr geringen Spielraum. Ey, ey, pst! Ich habe gerade den Streichelklub gegründet. Wir machen voll coole Sachen, Leute in Streichel spielen und so. Bist du dabei? Du bekommst einen Streichelklub-Ausweis. Nun, über meine vertraglichen Rahmenbedingungen müssten wir ebenfalls sprechen, zumal ich gerade ein weiteres, sehr interessantes Angebot bekommen habe. Aha, Sie haben ein anderes Angebot. Aber erst die Mutprobe. Traust du dich am Frosch zu lecken? Es ginge da um Tierversuche. Achso, Pharmabranche. Oder ich rülp's in die Tüte und du musstest einatmen. Wobei die neue Stelle auch ein paar Nachteile hätte. Klar, Pharmabranche hat ihre Vor- und Nachteile. Okay, weil du es bist. Muss einfach nur ein Furz anzünden. Nee, nicht Pharmabranche. Es wäre eher Gas. Gas, Energieversorger. Naja, uns ist natürlich klar, dass so ein High Potential wie Sie sehr begehrt ist. Traust dich nicht? Feigling, Mämme. Du verpasst was. Andererseits ist die Fusion mit Japan eine überaus anspruchsvolle Herausforderung. Also, am allerliebsten, da spiele ich jetzt einfach mit offenen Karten, am allerliebsten würde ich hier in der Firma bleiben. Wenn die Rahmenbedingungen... Nein! Mann, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ich bin ja sonst keine Pätze, aber die Frau Deininger hat unterm Tisch einen Streiche-Club gegründet. Einen Streiche-Club? Wie mit echtem Mitgliedsausweis? Und Mutprobe? Ich denke schon. Kann ich da mitmachen? Stich! Stich! Danke auch.